Daheim bei mir, privat, bin ich vor allem am Backen für meine Tochter, für die Emma und für mich natürlich auch. Momentan sind wir wirklich so extrem vernarrt in Pizza. Dafür ist der Ofen unglaublich. Im Restaurant hingegen brauchen wir das Thema vor allem mit der Dampffunktion. Es ist für uns zum Erwarmen von allen möglichen Sachen, von Esbouma-Flaschen, von Pürees, von Sous-Vide vorgegarten Fleischsachen. Dann aber unten in der Patisserie mit dem Julia natürlich wieder auf Backfunktion. Er braucht auch sehr, sehr viel zum Trocknen. Also ich denke, die Funktionen werden wir uns alle absolut auskreizt. Und auch zeitmäßig natürlich. Manche Zimmer laufen 24 Stunden. Es passiert auch, dass ich am freien Tag irgendwann runterkomme im Keller und der Zimmer läuft einfach, weil da noch kleine Erdbeerchips am Trocknen sind. Und ja, also ich denke, man testet sie schon wirklich auf Herz und Niere. Und ja, also ich denke, man testet sie schon wirklich auf. Ja, also ich denke, man testet sie schon wirklich auf. Vielen Dank.